Moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Elden Ring. Ich habe offscreen mal nachgeguckt, wie wir in diesen Teil kommen. Und ja, das ist relativ einfach und relativ dumm. Wir erinnern uns an diesen Raum. Der hat hier so eine Message. Da steht Habterbarmen für die verstorbenen Schamanen. Dann war hier so das Ding hier, diese Statue. Und da musste man dieses Emote machen. Oh Mutter. Und dann ging das auf. Ja, ist ziemlich dämlich. Und normalerweise würde ich jetzt auch anfangen, total darüber zu ragen. Aber wir hatten schon einen ähnlichen Rage. Deswegen erspare ich euch diesmal. Und wir gehen einfach weiter und gucken uns an, was dieses Gebiet für uns bereithält. Das hat wirklich viele Sachen, die man fast nicht alleine herausfinden kann. Und dann ohne im Internet nachzugucken sehr, sehr aufgeschmissen ist. Aber ja, wie gesagt, so einen Rage hatten wir schon. Und deswegen lassen wir das Thema jetzt für den Moment. Wo zur Hölle sind wir hier? Hinterland. Okay. Also, das sieht schön aus hier mit den Blumen. Ich habe jetzt nicht solche hohen Erwartungen an den Content, weil das doch eher obskur ist, wie man hier hinkommt. Ich habe immer das Gefühl, das ist dann ein Zeichen, dass, ja, From Software eigentlich den Content lieber verstecken möchte. Also, es geht da hoch. Hm. Okay, gehen wir erstmal hier entlang. Das ist der Tod. Da müssen wir nicht hin. Ja, schönes Blumenbeet. Oh. Baumwächter. Oh, die hatten wir schon lange nicht mehr. Weiß nicht, ob ich... Der hat nicht so viele aus. Weiß nicht, ob ich dein Movezeit noch kann. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Ich weiß nicht, wie ich dann... Crit hätte machen können. Au. Macht gar nicht mal so viel Schaden. Na, komm. Okay, ich versuche es mal beim Pferd. Nee. Wir können auch unsere Spezialangriffe zwischendurch mal verwenden. Au. 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 Ja, viel hat er nicht mehr. Oh, das war daneben. Uh. Und das war's für ihn. Wundervoll. Segen von Marika. Keine Runen? What? Warum gibt er keine Runen? Spannend. Spannend. Okay. Naja. So gut, so einfach. Oh, da ist noch einer. Vielleicht respawnen die sogar. Wobei, der hat einen Bossbalken. Sollte eigentlich nicht respawnen. Aber wer weiß. Ähm. Ja, wir gehen mal hier hoch. Und. Schauen wir uns mal an, ob wir hier irgendwie was finden können, was interessant ist. Äh, vielleicht hier unten. Ich weiß nicht, ob das zu hoch ist. Nee, geht. Okay. Cool. Eine relativ große Lichtung. Schamandorf. Schamandorf. Okay. Vorne leuchtet so gelb. Aber ist das eine Gnade? Niederer Erdenbaum. Das sieht noch in der Zauberei aus. Heilt Verbündete in der Umgebung dauerhaft. 70 Glaube. Okay. Ähm. Ja, nichts für uns. Aber. Vielleicht freuen sich die Glaubenskrieger über diesen Loot. So. Hier. Ist. Nichts. Ja. Ich hab das Gefühl, das wird hier ziemlich. Ziemlich leer sein. Alles. Vielleicht gibt's nicht wirklich mehr als diesen Spell. Gucken wir hier hinten noch. Das ist sogar eingezeichnet. Aber ja, das ist keine Gegner hier. Ich hab das Gefühl, das Gebiet ist einfach nicht fertig geworden. Dann haben sie ein paar Baumwächter hingepappt. Weil, warum auch nicht. Von oben kommen wir hier auch nicht rein. Das sind vier Gebäude. Ich glaub, die haben wir alle abgesucht. Von dem her. Ich denke, wir sind hier durch. Ich sag das jetzt. Und. Aber ich will nicht zu viel Zeit. Verballern hier. Falls es nicht notwendig ist. Im schlimmsten Fall kann ich immer noch nachgucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Ähm. Das ist in Ordnung. Hier geht's sogar nach unten. Aber da kommen wir auch, so wie es aussieht, über diese Brücke hin. Äh. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht. Eine Gnade scheint es hier nicht zu geben. Das ist okay. Dann würde ich sagen. Also, wir gucken mal, ob es überhaupt einen anderen Weg darunter gibt. Ich nehm es jetzt auch mal an. Ja. Okay. Ähm. Ja, da ist ein zweiter Baumwächter. Würde ich sagen, knöpfen wir uns den mal vor. Direkt mit dem Jumpangriff. Oh, der hat nicht viel gemacht. Au. Uh. Na gut. Ich meine, wir haben sowieso keine Runen. Jetzt sehen wir auch gleich, ob der andere respawnt. Also, als, äh. Doch eher etwas. Erbärmlich gemacht. Okay. Ähm. Machen wir erstmal den Baumwächter jetzt platt. Weil, sind wir schon dabei. Ähm. Und dann gucken wir uns den Teil des Gebiets mal an. Warenwächter mag ich ganz gut. Das sind, ähm. Interessante Gegner. Waren vielleicht ein bisschen overused im Hauptspiel. Warum hast du den Spungangriff nicht gemacht? Aua. Okay. Läuft gerade gar nicht. Hält der mehr aus, was der andere? Ich habe das Gefühl, er hält mehr aus. Okay. Komm. Wie kann ich den critten da? Oh, jetzt. Der andere hatte kein Shield. Der andere hat die zweite Phase nicht gemacht. Irgendwie. Ah, das war zu früh. Oh. Ah, ein Starkangriff. Oh, das war Bluten. Au. Ich weiß es nicht. Okay. Viel hat er nicht mehr. Okay. Au. Ah, das hat einen ziemlichen Aui. Aber das war's für ihn. Der hat jetzt 120 gegeben. Hm. Moment. Boah, ich habe gerade einen Nissan-Fall. Vielleicht muss ich hin und wieder die Aufnahme kurz unterbrechen. Ähm. Okay. Gehen wir erstmal auf die andere Seite hoch. Woher wir jetzt hier weiter gehen? Ich weiß nicht, warum der erste keine Runen gegeben hat. Das ist irgendwie merkwürdig. Äh. Ich denke, ich raste auch nochmal ganz kurz an der Gnade. Und wir können uns direkt eigentlich teleporten. Das geht, glaube ich, sogar ein bisschen schneller. Damit wir wieder volle Heilungen haben. Aussicht von Skardu. Okay. So. Dann hier hoch. Oh. Ein Bär. Alles sehr Standard-Gegner. Nichts wirklich Außergewöhnliches. Bisher. Okay. Da geht's noch ein bisschen weiter hoch. Äh. Ich renne erstmal den Perimeter ab. Immer erst den Perimeter sichern. Okay. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier großartig noch was. Was ist das? Könnte dieses Gebäude sein. Hm. Müssen wir nochmal schauen. Ähm. Ich denke mal, da ist eine Boss dazwischen. Okay. Ist hier oben was? Nein. Oh. Was hält denn der Bär aus? Bitteschön. Dude. Was geht mit dem Bär ab? Warum hält der so viel aus? Das ist nur ein kleiner Bär. Okay. Haben wir irgendwas Sinnvolles hier? Nein. Wirklich? Nicht mal loot? Okay. Vielleicht habe ich was übersehen, aber... Ich glaube, kein... Ich glaube, keinen wichtigen Gegner zumindest. Vielleicht irgendwie ein Loot-Item oder so, aber... Die sind nicht so wichtig. Wenn wir da was übersehen, das spielt nicht so eine Rolle. Geht mir darum, wirklich alle Bosse zu erledigen. Das ist das Ziel von diesem Let's Player. Jeden einzelnen Typen, der einen Bossbalken hat, muss sterben. Zumindest, soweit wir können. Es kann sein, dass ich irgendwelche verpasst habe, weil ich irgendwie eine Quest oder so nicht korrekt gemacht habe. Aber ich denke, wir müssen zumindest 99% haben. Hier ist eine weitere Gnade. Coole Sache. Ähm... Ja, gucken wir mal. Vielleicht finden wir hier eine Höhle. Irgendwas muss es hier ja geben. Ich erwarte nicht viel Content jetzt hier, weil... Ja... Nicht so wirklich... Einfach zugänglich, das Gebiet. Aber ein bisschen was... Sollte es schon haben. Ein Dungeon oder so. Okay. Ähm... Stimmt, wir müssen in die Finger ruinen. Wir müssen für die Quest ja in die Finger ruinen. Ich habe ganz vergessen, dass die hier sind. Warum hat die Musik geändert? Okay, es sieht so aus, als würden wir langsam in diese Finger ruinen reinkommen. Gucken wir mal hier draußen nach, ob wir irgendwie was sehen. Item oder so. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Dann würde ich sagen, rein in die Finger ruinen. Oh, was ist das? Ein Krater oder sowas? Hm, da ist irgendwas. Uh, eine Sternenfallbestie. Leider keine Ausgewachsene. Die Ausgewachsene war ziemlich cool. Aua. Hat aber auch was, wenn die einzigartig bleibt. Ich glaube, von denen gab es nur eine. Ich kann mich auch täuschen. Okay, wir machen nicht so viel Schaden. Okay. Gassiges kleines Ding. Okay. Machen wir einen starken Angriff. Müssen wir noch was treffen. Au. Okay, Heilung. Oh, okay. Ich glaube nah an ihm dran stehen, ist nicht schlecht. Okay. Aber genau, es rennt immer mehrfach hin und her. Au. Das war das Hinterteil. Nichts getroffen. Au. Uh, ich dachte, da wäre ich ausgewichen. Interessanterweise hat es mich da nicht erwischt. Ich glaube, das wird nichts. Das Ding hält verdammt viel aus. Okay, eins. Zwei. Ach, komm schon, wirklich? Ah, ich habe zu wenig Heilungen dafür. Ich habe drei Heilungen. Und wir sind nicht ansatzweise nah dran. An einem Kill. Ich weiß aber nicht auch, ob Bluten... Ich weiß aber nicht auch, ob Bluten... ...bei dem Ding tatsächlich eine gute Idee ist. Das hat geklappt. Äh... Da einfach rennen. Okay, das hat geklappt. Mon's Peitsche. Okay. Manchmal ist es ein bisschen komisch mit der Hitbox. Aber wir haben sie auf 50% unten etwa. Oh, rennen. Und dann kann man hin und einmal zuhauen. Okay, das ist eine Vierer-Kombo. Ich bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich das gleiche Moveset hat, wie... Äh, die anderen, die wir angetroffen haben, oder ob das ein neues Moveset ist. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir haben eine Marika-Statue in der Nähe. Das ist super. Immer schön, eine Marika-Statue zu sehen. Äh, ich denke, wir wechseln unsere Ausrüstung. Äh, ich denke, wir nehmen unsere guten alten Doppelschwerter. Äh, ich steige auch mal aufs Pferd auf, damit ich die Ruden einsammeln kann. Äh, ich steige auch mal aufs Pferd auf, damit ich die Ruden einsammeln kann. Okay. Ja, was war daneben? Ja, es macht wesentlich mehr Schaden. Au. Okay, dann wieder hin. Autsch. Ja, der Damage macht sich wirklich bemerkbar. Also, es ist nicht zu knapp. Au. Jetzt rennt er wieder. Nur einmal. Okay. Oh, das war viel zu früh. Okay, rennen. Kann man gut Punishen. Au. Okay, das war nur ein Einer. Oh, es lags gerade ein bisschen. Okay. Nice. Okay. Okay, hin und einmal zuhauen. Was machen wir? Au. Scheiße, rennen. Oh, das ist nur zwei. Normalerweise sind es doch drei. Okay. Glück gehabt. Okay. Okay, das Ding hat nicht mehr viel. Oh. Dann habe ich einen anderen Move erwartet. Nein! What? Warum war ich so low? Ja. Ach, Mann. Ich habe nicht gecheckt, dass ich so low bin. Ich dachte, das war ein sicherer Kill. Und, ja, Hochmut kommt vor dem Fall anscheinend. Ja, das war jetzt ein bisschen peinlich. Aber gut. Das so läuft manchmal. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Runen aufgesammelt habe. Was? Warum hat es diesmal nicht geklappt? Nein, Moment. Wir müssen sterben. Tut mir leid. Das ist ein Anruf gekommen. Den musste ich abnehmen. Und, ja, deswegen musste ich mich der Sternenfallbestie ergeben. Aber das war sowieso irgendwie nicht... Äh, wo zur verdammten Hölle ist unser Zeug? Hier. Ich hasse... Mann. Nimm das doch auf! Ich verstehe das. Mann! Ich verstehe das manchmal nicht, warum das so immer so ein Problem ist mit dem Zeug aufnehmen. Okay, momentan geht er gar nicht. Ich bin nicht... Ähm... Ich bin gerade nicht im Rhythmus. Okay, eins. Zwei. Au. Grundgütige, was ist... Was ist jetzt das Problem, ey? Warum geht das nicht mehr? Das Leere gehauen, okay. Dann haben wir eine Heilung. Ich verstehe es nicht, warum ich dem nicht mehr ausweichen kann. Das hat doch vorhin immer funktioniert. Ah, komm. Grundgütige jetzt. Das Ding aber aggressiv, ey. Komm her. Was recht sich, dass ich das eine Mal nicht geheilt habe, wo wir das Ding eigentlich hatten. Teilweise mache ich auch nicht den vollen Damage irgendwie. Wir weiter wegstehen, ist da nicht schlecht. Ich sehe nichts, was abgeht. Ach, da schleudert das... Zeug auf uns. Richtiges Timing gehabt. Oh, shit. So, rennen. Okay, wie ist das passiert? Okay, wir haben sie. Keine Heilung mehr gehabt, aber passt. Am Anfang ziemlich mies gespielt. Aber es hat dann trotzdem noch gepasst. Gravitationsrakete. Das ist ein Weißheiztower. Feuer hat einen Schwerkraftstrahl ab, der Gegner heranzieht. Können wir vielleicht irgendwann mal ausprobieren. So, ich werde mal hier rüber zurückporten, weil wir haben keine Heilung mehr. Und ich glaube, wir haben genügend für ein Level-Up. Ich glaube, wir haben genügend für ein Level-Up. Äh, ne, nicht Segen des Schattenreichs. Ich finde, Rando heißt sich Akan. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ähm, bei dem Bossfight gegen, ähm, den Wahnsinns-Typ Pimitra oder so hieß der, glaube ich, haben wir zweimal Bluten geprockt. Die Frage ist jetzt, war das, weil er anfällig auf Bluten war oder hat sich die Akan-Energie, die wir geskillt haben, tatsächlich ausbezahlt? Ich weiß es nicht, ähm, okay, ich werde auch wieder die Waffe wechseln. Für den Moment erstmal. Aber für die meisten Gegner spielt es ja nicht so eine Rolle, was wir haben. Da hinten war dann wohl die Sternfall-Bestie. Ähm, ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch... Mal gucken, was wir genau in dieser, ähm, Ruine machen müssen. Für die Quest. Es gibt anscheinend... Oh! Meine Fresse. Den Händen möchte ich mir jetzt nicht unbedingt anlegen, wenn es irgendwie anders geht. Wo führt der Pfad hin? Ähm... Es... Sieht wie Giftnebel aus. Macht aber anscheinend nichts. Okay, wo ist das Ding, das wir suchen? Ich werde jetzt nicht zu viel Zeit, äh, damit verballern, die Ruinen hier zu durchsuchen. Weil ich irgendwo gelesen habe, dass die Ruinen relativ leer sind generell. Und, äh, wir haben die letzte schon relativ gut abgesucht. Fingerruinen von Deo. Aha. Ähm. Da hinten vielleicht. Ja, gut Job. Oh! Hey, fiesen Typ, ey. Ich weiss nicht, warum ich keine Flasche verwenden musste. Um das Pferd zu beschwören. Normalerweise muss man das ja. So, ja. Verdammt noch mal. Äh, Gott sind die nervig. Ah, da kommt der Nächste. Ach, Mann. Du kannst nichts machen. Wenn ich das Ding erwischt. Oh, ich habe das schwer, glaube ich, nur... Ach, nicht schon wieder. Ah. Vor allem dauert das so lange. Da ist noch einer. Lass das. Okay, wir sind zweihand. Weiter geht's. Je schneller wie hier wieder... Ach, Mann! 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 Gott, wie schnell das geht! Ah, jetzt kommt er schon wieder. Hat irgendwie aber verfehlt. Noch einer. Ah! Wie viele denn noch? Meine Fresse. Sind die Typen nervig? So, das hier müssen wir machen. Äh, Himmels-Sammel-Talisman-Plus-Eins. Okay, nice. Ich denke, wir verziehen uns wieder von hier. Ich werde offscreen noch mal gucken, ob wir hier was übersehen haben. Aber ich möchte die Quest noch abgeben. Und ich meine, ähm, die Dritte, wenn ich das richtig gelesen habe, sei irgendwo hier in der Nähe unterirdisch oder so. Hier wird es wohl irgendwo einen Geheimgang geben. Aber reden wir erstmal mit ihm. Gucken wir weiter. Oh, ja. Hallo, da. Ich hörte ein anderes Geräusch. Ich habe ein anderes Geräusch, mit deinem Essenz. Es ist einfach sehr wunderschön, muss ich sagen. Die Stärzen sind heute Morgen. Aber ich weiß nicht, dass es kein Schmerz ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass es eine großartige Stärzen ist. Okay, Ruine Karte 3. Ja, über die Natur der Welt. Ich weiß nicht, ob die existiert. Oh, warte mal. Wir können vielleicht noch Spells kaufen. Tatsächlich. Cool, okay. Hat sie was Neues? Wo ist sie? Hier. Ich weiß nicht, ihre Rüstung. Ja, ich weiß nicht. Gott, die Rüstung von ihr, ey. Die ist richtig cool, ich will die haben. Okay, gut, wir machen hier einen Break und wir gucken in der nächsten Episode mal, ob wir die dritte Karte entschlüsseln können und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, macht's gut und was geht's.